Die Flöte, die Flöte macht mich wahnsinnig. Endlich begegnen wir uns. Endlich? Kenne ich euch? Nein, aber ich kenne euch. Und ich möchte euch sagen... Ja, 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 ich weiß, das kenne ich schon. Ihr kommt nicht an mir vorbei, ich töte euch jetzt, ihr seid ein Idiot, bla 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 bla. Habe ich alle schon mal gehört. Können wir diesen Teil bitte überspringen und gleich zur Sache kommen? Einverstanden. Je eher ihr tot seid, desto besser. Habe ich auch schon mal gehört. Oh, geht los. Das war ordentlich mit Drohnen hier zu essen. Was? Das ist zum Schluss nochmal richtig schön auf. Richtig tolles Gemetz. Entschuldigung. Biste. 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 Na klar, nach oben. Turm halt. Schon in der Stufe 2 ist ja schön. So. Jetzt schmeißen sie uns wahrscheinlich noch mal alles so vor die Füße, was wir so im Laufe unserer Zeit mit Gegner hatten. Das ist auch noch mal schön so ein Rückblick quasi auf die Abenteuer, die wir hatten. Das ist schon cool. Fällt mir gut. Na, geht's weiter. Na ja, die haben sich sehr viel verengstellt dazu gedacht, das war echt super. So, weiter geht's. Ja, müssten ja dann so 10 Level sein ungefähr, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich irren. Zwischendrin noch eine Lootkiste oder so, wär cool. Irgendwo noch was Zeuges drin ist, irgendwie bessere Leader oder so. Dass man sich zum Abschluss nochmal gescheit buffen kann. Da fangen wir hier drüben an. Ah, da seht ihr. Hier würde ich jetzt gerne mal wechseln. Ja, den eigentlich nicht. Oh, lieb. Die brennen nämlich wie Zunder. Oh, man. Oh, man. Angrebe. Oh, man. Oh, man. Na ja, war ein Versuch. Ist auch da wirklich immer irgendwo eine Kiste auf dem Platz hier oder so, ne? Ach du kassier mich. Nee, da ist nichts. Da ist nichts, nein. Nein, 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 nein. Schade. Ich kann. Ich kann. Ja, ja, schön. Ja, 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 schön. Was ist das, was ich hier? Oh, das ist das, was ich hier? Das ist dann mal wieder zum aussuchen für zwischendrin. Na, das wird nur lustig. Was haben wir jetzt? Ich sehe Zombies oder so, oder sind das die Wikinger? Schau mal wieder links an. Ach ne, das sind diese Ritter im Lunge-Cans. Ja, die geben auch noch mal den Blut. Der Rino ist halt so süß. Hier bin ich! Hier bin ich. Haha, ihr könnt mich nicht treffen! Ich habe da etwas gewollt. Bam! Kiosk Schrebs Session Ja, der Bosskampf wird schrecklich werden. Das sehe ich jetzt schon rum. Ah, jetzt kommen die Viecher. Furchtbar schnelle Drecksviecher Ah, irgendeiner fehlt? Ah, okay, der hält es auch nicht aus. Den hätte ich gerne in einer höheren Stufe gehabt. Oh, okay. Oh, okay. das hat jetzt komisch geleuchtet geht es denn schon dem ende entgegen? noch nicht? hat der schon immer so geleuchtet? oh nein lass sie tanzen, komm schon, lass sie nur mal tanzen einfach nur mal tanzen lassen das wäre ja so cool nochmal, ach schade ja ätzende scheiß Viecher, ungesprochen ätzende scheiß Viecher oh oh, da ist ein speicherpunkt da ist eine kiste oh oh returns to the end das ist ja lustig das ist ja es ist ja lustig das ist ein pein und Ja, ich bin ja. Tja, Assemble your team, ne? Ach süß, du kriegst jetzt noch genau jeweils ein in so ein Ding hier, wenn du die Folge nicht richtig gehortet hast, hast du Pech jetzt, oder wie, dass du wenigstens ein bisschen eine Heilung leisten kannst zwischendrin, ach komm, ernsthaft, so lass mal nochmal gucken, also ihn haben wir, die Halle haben wir auch, ich hätte trotzdem gern die dabei, Habt ihr mich an mir? Dann kann ich mir mal was anderes überlegen Das muss reichen Ja, dich brauche ich Dann speichern wir mal Ich beginne da jetzt mit Leamana rein, das will ich jetzt auch nicht Muss ich mal ein bisschen warten Weil ich befürchte, dass das der finale Turm wird, gleich Das ist die finale Stufe, wenn wir jetzt hier so speichern konnten Kisten plündern Krieg nochmal diese Edelsteine hier raus Na komm, wir haben gespeichert, wir können sie probieren Mal gucken Das ist noch nicht das Ende, guck an, siehst du Ja 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 Das war einfach nur mal gut zum Zwischenschein Gott sei Dank Jetzt doch was werden mit meiner 10-Level-Schätzung Wir haben ja schon ins Level 9, ne? Nicht schlecht Oh ne, oh ne Oh Gott Hassgegner Letzterhaft Hassgegner Oh, ich schlaf Wollen wir mal ein bisschen einfach Schaden machen jetzt Okay, ich muss auf den Bogen witzeln Und hier irgendwie war es Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ähm, Moment Ihr braucht mich wieder Das dachte ich mir Oh, oh, oh Okay, 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 okay Hast verstanden Oh, das kannst du Was ist das? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ha 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 ha! Oh Gott! Ah, bitte zaubern. Hält vor allem lang. 10 Seht ihr das? Ich kann noch nichts erkennen. Ich stehe zu eurer Verfügung, Sir. Das sieht immer aus, als ob ich den Kopf halte. Nein, hoffe ich nicht. Ich kann noch nichts erkennen. Ich kann noch nichts erkennen. Ich stehe. Ach, wieso der Geld? Was haben sie denn? Für was haben sie denn? Ich stehe. Ich stehe. Ich verstehe. Ich weiß nichts. Du schaun am Ort, Isma. Nimmst dies, Nirti. Umreif. Wer braucht meine Hilfe? Attacke! Ich will. Den möchtest, da Brodscher. Was ist das? Oh, 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 oh! Ja, ja, ja. Okay, das ist irgendwie ein bisschen Okay, wenn wir sie trennen, voneinander geht's Komm her Komm her, fach, 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 fach Komm mit, komm mit Komm mit Na ja, wenn wir die voneinander trennen, geht's, ne? Dann teilen sie sich nicht mehr gegenwärtig Was haben wir bei denen, die bewusst Komm her Die braucht am Schluss nicht auffahren, ey, die sind anstrengend Und dann Ich bin bereit Jetzt verspreche ich und rechts Seid gegrüßt und herzlich willkommen Das Badenruf hat vernommen Hier seht, es gibt auch anderes Zeug So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss Ein Abo, Joden, doch es ist ganz klar kein Muss Es freut mich, dass ihr noch da seid Wenn's schief klingt, dann tut es mir sehr leid Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan Gebrach kann es nichts, nur ein Ding, ein Spontan Und falls ihr es bisher echt auskappt und habt Dann gehört euch Respekt Und das ist ein Fakt Und vielen Dank Es erfreut mich sehr Schaut wieder vorbei Denn bald gibt es noch mehr Ein Däumchen nach oben Dann gibt's auch einen Kuss Jetzt wird der Blödsinn aber groß Also ist hier jetzt mal Schluss Und das ist hier jetzt mal